Aber lieber Vince, trotz deiner Einsicht, die du hier versucht hast zu ermitteln, muss man sagen, die meisten Wissenschaftler glauben schon, dass die Klimaapokalypse auf uns zurollt. Und auch wenn sie noch nicht da ist, hat sie ja doch zumindest schon die Industrie ermuntert und die macht ja auch schon mit dem Weltuntergang ganz gute Geschäfte. Und dazu begrüße ich jetzt meine Assistentin, Beate Bauer, herzlich willkommen. Beate, was haben Sie denn da? Ja, Herr Becker, ich habe mir gedacht, passend zum Thema bringe ich Ihnen mal das jüngste Gericht mit. Das ist ein Kracher, ne? Jetzt kommen Sie hier mit so stinkenden Bratwurst rein. Nee, 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 Herr Becker, das würde ich niemals machen, Ihnen eine ganz ordinäre Bratwurst mitzubringen, das würde ich mich nicht trauen. Das ist eine ganz tolle Superwurst, das ist nämlich eine klimaneutrale Bratwurst. Eine was? Eine klimaneutrale Bratwurst, die hat eine Firma in Wunstorf hergestellt, wollen Sie mal anfassen? Sehen Sie? Genau, die ist nämlich klimaneutral, biologisch und tierfreundlich hergestellt. Hm, tierfreundlich hergestellt, wie soll das denn gehen? Naja, da wurden die Rinder nicht geschlachtet, die wurden mit Reden von Claudia Roth betäubt und dann von Greenpeace-Mitgliedern totgestreichelt. Und für den errechneten CO2-Bedarf für die Fleischherstellung finanziert die Firma dann in Umweltprojekte. Das wische ich gleich wieder auf. Das gibt es in letzter Zeit immer häufiger, das ist ja so eine Art moderner Ablasshandel. Das fing mit der Firma Krombacher an. Da können Sie sich vielleicht noch dran erinnern. Die wollte ja für jeden Kasten Bier, den man trinkt, wollten die ja ein Quadratmeter Regenwald aufforsten. Die haben alle, das ist eine tolle Idee. Das heißt, Walter Mixer könnte den Regenwald in einer Woche retten. Ja, aber das ist nicht die einzige Firma, die mit der Apokalypse Geschäfte machen will. Gibt ja auch noch die TUI. Die bietet jetzt klimaneutrale Flüge an. Wenn Sie zum Beispiel, Sie da, wenn Sie jetzt nach Mallorca fliegen wollen, wissen Sie, was dann passiert? Da wird für Sie der CO2-Bedarf, den Sie dabei verbrauchen, der wird ausgerechnet. Und das Geld, das investieren Sie in Umweltprojekte, in Initiativen für Umweltprojekte. Das ist doch eine tolle Sache. Und da gibt es die dollsten Sachen, wirklich. Da gibt es Initiativen für ökologische Pornografie. Was? Warum sagt mir das denn, Deiner? Doch, das ist eine ganz seriöse Website. Dabei lege ich jetzt sogar mal die Wurst weg. Und das ist hier, die heißt Fuck for Forest. Wirklich, hier, zeige ich Ihnen mal. Das ist so einer dieser Filme, der da angeboten wird. Ich habe das ganz zufällig im Internet entdeckt, wirklich. Und da ist für jeden Pornofilm, den Sie da kaufen, spenden Sie Geld an den Regenwald. Das ist doch toll. Ökologische Pornografie, das kann das nicht geben. Das ist doch Quatsch. Doch, Herr Becker, ich habe mir so einen Film angeguckt. Da kommt am Anfang des Films nicht der Klempner und sagt, hallo, ich will ein Rohr verlegen. Da kommt der Klempner und sagt, hallo, ich will eine Solaranlage einbauen. Frau Bohr, jetzt werden Sie unseriös. Nein, 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 Herr Becker, das würde ich niemals werden. Ich habe nämlich noch weiter geforscht und da gab es noch so eine tolle Website. Und zwar kann man da ökologische Kondome und Vibratoren kaufen. Ich sage, doch, ich habe mal so einen mitgebracht, also wissenschaftlicher Zwecke wegen. Hier. Wie, geht der mit Windkraft oder wie? Nee. Nee. Herr Becker, gucken Sie mal. Hier ist so eine Kurbel dran, die kann man aufdrehen. Ja. So, und dann funktioniert der. Hören Sie das? Oh, ja. Weg, weg. Nee, nee, weg. Kann man das hören? Ja. Guck mal hier. Tatsächlich. Ja, jetzt hören wir alle. Alles mit Federspannung. Ja, und hier diese, auch das Teil ist... Das nennt man eine Spirale, das ist auch ein Verhütungsmittel. Und hier, das sind ökologische Kondome. Ja, die sind, genau, Lümmeltüten heißen sie. Richtig. Und die sind Öko-Tests... Ich hab mich damit noch nicht so eingegelt, beschäftigt. Das sind, äh, die sind Öko-Tests gut, weil die sind aus Jute. Und gucken Sie mal hier. Oh, Sie gehen haben. Jetzt hört er nicht. Und er bewegt sich doch, ne? Hat Sie gerade gemerkt. Ja, aber jetzt gucken Sie mal hier. Vorne auf diesen Verpackungen ist ein Bild von Hans-Christian Ströbele drauf. Ich mein, das reicht doch schon für Verhütung, oder? Das Zeug verkauft sich wie Bolle. Und wenn ich jetzt... Ich muss dringend los, Herr Becker. Wie? Das Ding hier benutzt oder noch so eine Bratwurst essen? Nee, ich muss noch einen dieser Filme gucken. Einer muss ja die Umwelt retten. Beate Mohr! Ah, jetzt halt alles. Man muss natürlich sagen, für diese ganzen Öko-Produkte gibt es einen riesigen Markt. Öko ist ja heute keine revolutionäre Idee mehr. Das ist Lifestyle, nicht? Ja, es ist ja nicht mehr so wie früher bei den Ökos in den 80er Jahren, bei denen ja die Hälfte der vom Aussterben bedrohten Tierarten in den selbst gestrickten Pullovern wohnte. Das ist vorbei. Ökologisch interessiert sind heute vor allem die gutverdienenden jungen Leute, die Bionade-Bohemians, nennt man die, nicht wahr? Die sagen, dass man die Welt mit Genuss retten kann, wenn man nur die richtigen Produkte kauft. Zum Beispiel durch Ökostrom. Der Markt hat zweistellige Zuwachsraten. Man kann ja inzwischen Strom aus Wind, Sonne und sogar aus Güle gewinnen. Es gibt inzwischen auf dem Markt schon klimaneutrale Fernseher. Die holen sich den Strom selbstständig aus der Scheiße, die im Programm läuft. Man sieht, die Gesellschaft rüstet sich gegen die Apokalypse, ob sie nun wirklich kommt oder nicht. Und vor allem wir Deutschen, wir waren ja schon immer Experten in der Vorbereitung von Untergängen.